Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Cooking Simulator. Ich kenn vom Spiel absolut gar nix und ich kann auch im echten Leben absolut gar nicht kochen. Das heißt, es wird ein absoluter Spaß. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Welcome to the kitchen. Okay, welcome to the cooking simulator. As you have already noted, the restaurant you are now employed is not here with the greatest rating. Okay. Your task is to restore it to his former glory and reach the highest level of prestige. Okay Leute, ich weiß, ich hab's gerade unfassbar schlecht vorgelesen. The last chef left the kitchen covered in sticknoties. Maybe there'll be some used to... Okay. Also willkommen zu Cooking Simulator und wie ich jetzt wahrscheinlich schon bemerkt habe, hat dieses Restaurant nicht mehr das beste Rating. Und ich, meine Aufgabe ist es jetzt, den ehemaligen Clans wieder zu verleihen. Also let's go. Hallo. So, open. Ja, ist nix drin. Okay, machen wir wieder zu. Oh. You can use the laptop to pin a Rezept. Okay, dann gehen wir zum Laptop und ja, und pin ein Rezept. Hallo. Na, Statistik? Ja, ich bin 0,05 Kilometer gelaufen. Wann bin ich sportlich. Was soll ich jetzt machen? Rezeptmanager. Oh. Dann machen wir einfach mal Fisch, ne? Okay, okay, aha. Okay, ich brauche dafür Trout, Lemon, Pursley Leaves. Kann ich das Spiel auch auf Deutsch machen, dass er was versteht? Kann ich hier irgendwo Language machen? Ach so, hier. Ah. Hey. So, jetzt verstehen wir mal alles. So, ah. Rezeptmanager. Hey. So, anpinnen. Und ich möchte jetzt noch Tomatensuppe. Ah. Lachs, Degs und Getoffen. Komm, das pinnen wir auch nochmal an. Dann haben wir ja sonst nichts zu tun, ne? Genau. Ja, ja, ja. Guck mal. Das habe ich jetzt gemacht. Und zwar ein Lachsteak. Und? Oh, oh, oh. Drei Minuten. Okay, okay. Was muss ich machen? Ich brauche... Warte mal, stopp. Was brauche ich? Ich brauche ein Lachsfilet. Woher bekomme ich ein Lachsfilet? Ist hier ein Lachsfilet? Nö, hier ist kein Lachsfilet. Hallo? Ist hier... Ist hier... Ich kann hier nicht raus. Was ist das? Ach so, das ist so eine... Das ist so eine Dinges, ne? So eine Eieruhr. Ach, cool. Hä? Lol. Kann ich die... Ich kann die schmeißen? Ja! Lol. Jetzt kann ich nochmal einen Timer einstellen. Ja, das machen wir. Einen Timer auf. 30 Sekunden. Let's go. Und jetzt... Kriegst du... Ja! Ja, super. Vorbereitungsphase überspringen. Äh, nee. Weil ich brauche noch ein Lachsfilet. Hallo? Nix drin. Auch nix drin. Okay, mache ich den wieder zu. Oh nein. Oh Gott, Hilfe. Nein, ich bin... Oh nein, okay, 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 okay. Ich komme. Ich komme. Oh, lol. Ich kann... Oh ja. Okay, äh, äh. Ja. Ja, so. Ah, lol. Ah, lol. Hier ist aber alles drin, oder? Ja, da ist ein Lachsfilet. Hier ist ein Lachsfilet. Das ist eine Forelle. Ups. Äh, ist irgendwo Lachs oder ist Lachs und Forelle dasselbe? Versuche nicht, Bankrott zu gehen. Fast alles in der Küche kostet Geld. Teller, Produkte und vor allem Reparaturen. So, ich lasse den Kühlschrank einfach offen. Ich brauche noch Salz und schwarzen Pfeffer. Okay, das klicken wir hin. Ist irgendwo Salz mit schwarzem Pfeffer? Machen wir den Kühlschrank wieder zu? Oh, ah, warte, hier kann ich auch einen Klick, ne? Okay. Äh, hier ist ein Teller. Oh, keine Schüssel. Kann ich dich wieder zurücklegen? Oh, 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 oh. Ups. Naja, egal. So, ich brauche, warte, den Teller hier. Jawohl. Okay. Und wie kann ich den jetzt da vorsichtig hinlegen? Ah, perfekt. Dann schnell weiter, schnell weiter. Hier, 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 hier. Okay, was brauche ich noch? Salz und Kartoffeln. Habe ich noch Kartoffeln? Da sind Kartoffeln. Jawohl. Let's go. Da, auch mal hinschmeißen. Und, ach ja, hier. Ist ja, was ist da? Schwarzen Pfeffer? Genau, das brauche ich auch noch. Warte, hier. Fang. Ja, fast. Das stimmt, Salz brauche ich auch noch. Bist du Salz? Du bist Salz. Oh, ey. Auch daneben, verdammt. Sonnen, stimmt, wo ist Sonnenblumenöl? Das bist du, oder? Du bist doch... Oh, Sonnenblumenöl. Oh nein, nicht Kuscheln. Jawohl. Hallo? Komm mit. Komm mit. Ich kann nicht... Wieso kann ich dich nicht nehmen? Jetzt hat... Oh. Wenn ich dich auf den Boden schmeiße, bist du denn kaputt? Oh. Oh. Hallo, bekomme ich bitte Neues? Oh, was bist du denn? Gas. Jawohl, let's go. Well. Ich brauche noch Feuer. Was machst du denn? Du bist ein Eimer. Ja, gut. Ja, hier. Ich brauche... Warte, ich brauche den nicht. Hier. Wieder weg. Danke. Wir haben geöffnet. Geh davon. Nein, nein. Okay, aber ich habe... Schau mal, jemand hat ein Essen bestellt. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas bestellt wird, in der oberen linken Ecke, hier oben. Oh, jetzt ist es weg. Aber ich brauche Sonnenblumenöl. Ich habe kein Sonnenblumenöl. Was bist du? Aha. Aber nichts, was ich brauche, oder? Nö. Bist du Sonnenblumenöl? Flüssigkeiten. Sonnenblumenöl. Das brauche ich. Kaufen. Jawohl. So, komm mal mal mit. Schmeiße dich da hin. Was muss ich machen? Zu einem Topfen... Warte mal. Da, Lachs. Sehe ich, genau. Nimm Lachsfilet. Das ist da. Und dann... Würzen mit Salz. Okay. Dann schmeißen wir dich da hin. Und würzen dich mit Salz. Achso, das stimmt. Salz habe ich auf den Boden geschmissen. So, da kommen wir mal mit. Und dann kann ich hier... Da, da, da. So, passt, oder? So, weg mit dir. Dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer. Schwarzer Pfeffer, 5 Gramm. Achso, achso. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen was hinzufügen, ne? Passt. So. Dann kannst du weg. Davon brauche ich noch ein bisschen was. Und zwar noch... Oh. So. Was? Super, fantastisch. Zur Pfanne hinzufügen. Flamm, 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 flammöl. Wo ist hier, wo ist hier ne Pfanne? Hallo? Oh, ne Pfanne. Ist hier ne Pfanne drin? Nö, ist hier ne Pfanne? Achso, das ist... Ups. Hier Pfanne. Hallo? Oh, ne Pfanne. Aber ich hab gar keine Pfanne. Ach, hier ist ne Pfanne. Achso. Dann kommen wir mal mit. Oder schmeißen wir dich hier hin. Drehen wir sie mal auf. Und dann brauche ich Sonnenblumenöl. Und das Lachsfilet. So, wo hab ich... Ach, das stimmt. Das hab ich hier hintergeschmissen. So, komm mal mit. Wie viel brauche ich davon? Zehn Milliliter. Okay. Und wie viel... Wie... Wie seh ich, wie viel ich da jetzt hab? Hä? Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, achso. Oh, oh, oh. 32 Milliliter. Wie viel brauche ich? Zehn. Oh nein. Äh. Weg mit dir. Oh nein, warte. Oh, jetzt hab ich hier gekleckert. Ich hab nur eine Pfanne. Ich muss sie behalten. So. Rein mit dir. Oh nein, nein, du nicht. Du kommst hier. Dann so. Dann vorsichtig. Kippen. Nein. Ja, zwölf ist schon okay. Dann kommst du Lachsfilet hier. Und schmeiß dich da rein, ne? Ja, braucht ein bisschen, ne? Und ich brauch noch einen Topf. So, dann komm mal her. Ich schmeiß dich da hin. Mach das Ding hier an. Und brauch... Erstmal Wasser. Stimmt. Wo ist hier Wasser? Hallo? Ach, da ist Wasser. Achso. Ich schmeiß dich mal rein. Pech der Griff. Oh. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ah. Okay, stopp. Oh. Oh nein. Ja. Oh, perfekt. Okay. Dann kommst du da hin. Forelle ist gleich fertig. Dann machen wir das Wasser hier nochmal aus. Hallo? Ja. Genau. Man muss ja Wasser sparen hier. Dann brauch ich noch ein bisschen Salz. Und ein bisschen Kartoffeln. Wie schaust du aus? Super schaust du aus. Ich brauch noch ein bisschen Kartoffeln. Schmeiß wir dich da hin. Wie schaust du jetzt aus? Jetzt schaust du super aus. Kann ich dich nehmen? So. Dann schmeiß wir dich einfach hin. Oh. Oh nein. Ich würd die gerne, ich würd die gerne nehmen. Na ja, dann bleibst du da liegen. Gut. Und wie soll ich dich jetzt klein schneiden? Soll ich dich überhaupt klein schneiden? Nö. Ja, dann schmeißen wir da jetzt ein bisschen Salz rein. Achso, das Salz hab ich dahinter versteckt, ne? Perfekt. So, dann kommst du dann mal her. Wie viel Salz? 20 Gramm. Okay. Eins. Zwei. Perfekt. Dann mach ich wieder weg. Und jetzt einfach die Kartoffeln reinschmeißen, oder? Ja. Ja. Blub. Ja, ist doch super. Und das ist jetzt so ein bisschen okay. Dann brauch ich noch einen Teller, genau. Beim hier rumlaufen. Dann nimm ich dich hier hin. Und, warte. Ah. Ja, perfekt. So. Geh mal weg. Fällst du runter, möchte ich dich hin und herdrehen? Nö. Oh mein Gott, bist du stabil. Find ich gut. Gut, dann schmeiß ich dich da hin. Und warte, bis du jetzt fertig bist. Dann kann ich ja das hier schon mal ausmachen. So, was kann ich noch machen? Auf der Seite 60 Sekunden lang bra... Oh. Oh nein. Hab ich's falsch gemacht. Die schaut doch gut aus, oder? Naja. Die werden schon nicht meckern, oder? Kartoffel 300 Gramm. Oh nein, wie viel ist das? 100... Oh nein, ich brauch nur eine Kartoffel. Nein, komm schnell hier. Komm schnell mit Kartoffeln. Müssen wir jetzt auch nochmal salzen, oder? Salz 20 Gramm. Ja, ja. Genau. Komm du mal mit. Eins. Zwei. So, ich schmeiße dich hier weg. Und ich brauche mal jetzt. Und ich schmeiße dich dann nochmal einfach mit rein. So, du brauchst jetzt ein bisschen. Und du bist gleich fertig. Oh nein, oh nein, oh nein. Das Lachsfilet. Oh nein, oh nein. Okay, okay, okay. Hab ich jetzt verloren. Aber da ist doch noch... Da ist doch noch... Eine Kartoffel ist doch erst fertig. Nicht die andere. Oh nein, ups. Nein, ich mach alles kaputt. Da schlägt doch jetzt hin. Danke. Aber die Kartoffel ist doch fertig. Ich kann die nicht hinnehmen. Wieso kann ich... Nee, 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 nee. Ah, ha, ha, ha. Ah, dann schmeiße ich das hier hin. Alter, ich glaube, ich habe jetzt das Spiel verstanden. Ja, ist mir jetzt auch egal. Komm, ich schmeiße den jetzt einfach noch mit auf den Teller drauf. Und dann... Ja, komm schon. Oh nein. Oh, 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 ups. Oh nein, jetzt will ich... Oh nein. Nein. Oh, oh, oh. Oh nein. So, warte. So. Oh nein, jetzt... Jetzt liegen Kartoffel da am Rand. Der finde... Nein, was mache ich denn? So, warte. Warte. Ja. Ja, perfekt. Und wo auch noch? Komm schon. Komm, Fisch. All runter. All runter. Ja, perfekt. Und weg mit dir. Ja, es sieht super aus. Sieht doch super aus. Ich kann dich nicht mehr nehmen. Hä? Ja, jetzt ist er perfekt. Dein Essen ist fertig. Da. Da. Da, lecker. Happy Mampf. Ey. Warum denn? Temperatur passt. Oh, ist okay. Er hat nichts bezahlt. Aber ich habe sie so gut gemacht. Oh Mann. Okay. Mache ich jetzt das Fischfilet. Kann ich bestimmt auch besser. Kann ich das jetzt noch mal ändern? Wartet, haben wir gleich. Da, Ausschaltknopf. Geht nicht. Ach so, warte. Ich muss ja hier zurück. Gebackene Forelle. Ja. Anpinnen. So, nochmal. Okay, jetzt habe ich gemacht. Genau. Jetzt kann ich hier zurück. Und jetzt ist jemand schon das blöde Lachsfilet. Naja, dann gehe ich halt hier rüber. Ach, du willst eine Tomatensuppe? Ja, fünf Minuten habe ich Zeit. Gut. Hühnerbolilon. Okay. So, hallo. Ist hier irgendwo Hühnerbolilon oder wie auch immer das heißt? Hühnerbolilon. Das brauche ich. Kaufen. Ja, let's go. Schmeiße dich mal hin. Oh nein. Oh, nein. Nicht so. So schön. Genau, so. Super. Zu einem Topfen zufügen. Hühnerbolilon. 700 Milliliter. Warte, ich brauche erstmal. Genau. Tomate und Zwiebel. Das brauche ich. Und ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen putzen. Aber naja. So, das kann ich auch zumachen. Das brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich vergessen, dass ich gebraucht habe. Oh, ich muss nochmal gucken. Ich habe es vergessen. Tomate und Zwiebeln. Genau, das war das. Tomate und Zwiebeln. Tomate und Zwiebeln. Tomate und Zwiebeln. Tomate und Zwiebeln. Hallo? Ja, okay. Ich muss hier das einzeln nehmen. Okay. Dann einmal der. So, Nummer eins. Und Zwiebeln. So, let's go. Ja, perfekt. Okay, was brauche ich noch? Was ich mal hinterlaufen muss. Och, Mann. Wühnerbolilon habe ich schon. Und saure Soße. Saure Soße? Ach, saure Sahne. Das ist es. Okay. Saure Sahne. Saure Sahne. Wo ist hier? Das bist du? Ah, nein. Du bist kaputt. Ist hier saure Sahne drin? Da ist saure Sahne drin. Kaufen. Ja, let's go. Oh, ja. Hat perfekt geklappt. Was brauchen wir noch? Salz, schwarze Pfeffer. Das habe ich schon da. Und Kanyu-Ni-Pfeffer-Pulver. Okay, das kriege ich auch noch. Was bist denn du hier? Ah, geht auch da rüber. Macht viel mehr Spaß. Perfekt. Ah, warte. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Pulver? Kün-Yan-Yan-Pulver. Okay. Das ist bestimmt auch richtig ausgesprochen. Ja. Kün-Yan-Yan-Pulver. Bist du Kün-Yan-Yan-Pulver? Da bist du Kün-Yan-Yan-Pulver. Komm mal mit. Dann schmeiß dich hier rüber. Perfekt. So, und wie geht das jetzt? Zu einem Topf in Zufügen. Huna-Pulver. 700 Milliliter. Okay. Dann komm mal her. Schmeiß dich da hin. Huna-Pulver. Das bist du. Und dann? So. 700. Du musst aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Ein bisschen. Ja, let's go. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Oh. Oh Gott. Ich glaube ich habe. Ach so, noch ist alles gut. Okay. So, ein bisschen noch. Oh. War schon zu viel. Oh, das war schon zu viel. Oh nein. Okay, kann ich da ein bisschen was wegkippen? Weil es war ein bisschen viel. So, komm mal her. Oh, ups. Na, egal. Dann ist es halt zu viel. Naja, machst du auch nichts. Bin ja auch nicht. Hab ja keine. Keine erwartet von mir, dass ich super kochen kann, oder? Salz. 12 Milligramm. Okay, das kriegen wir hin. Salz. So. Oh. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich 18. Oh, ups. Naja, egal. Dann ist es halt ein bisschen salzig. Naja. Was brauchen wir noch? Schwarzer Pfeffer. Okay. Das bist du, ne? Ja, wie viel brauche ich davon? 12. Okay. Auch wieder 12. Das kriege ich hin. Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, wirklich 12. Cunian-Yan-Pulver, 6 Gramm. Okay. Wo ist Cunian-Yan-Pulver? Das habe ich doch irgendwo hingeschmissen. Da ist es. So. Und eins noch. Ja, perfekt. Oh, jetzt habe ich... Oh, naja, egal. Ein bisschen zu viel. Auch nicht so schlimm. Tomate, 960. Stimmt, Tomate. Wie viel brauche ich davon? 960 Gramm. Rein mit dir. Wie viel bist du? 120 Gramm. Okay. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss jetzt jedes Einzelne nehmen. Okay. Rein mit dir. Wie viel haben wir einfach draufgestapelt? Das ist perfekt. Ja, okay. 240. Wir brauchen 960. Beide ich. Okay, 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 okay. Mach keinen Stress. Ich habe es gleich. Oh, nochmal kurz den Topf reinspeisen. Vielleicht soll ich das auch anmachen. So, jetzt halt. Let's go. Let's go. Eins brauche ich noch. Schnell, 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 schnell. So. Wie viel haben wir jetzt? 480. Wir brauchen noch ein bisschen. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Keinen Stress, kein Stress, kein Stress. So, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Noch eine Tomate. Habe ich daneben geschmissen? Ich habe daneben geschmissen. Ups. Und noch eine. Okay, 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 okay. Wartet, wartet. Gleich haben wir, gleich haben wir. Gleich ist lecker. Das brauche ich auch noch. Und das brauche ich auch noch. So, wie viel haben wir jetzt? 700. Oh nein, wir brauchen noch zwei Stück. Schnell, 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 schnell. Oh nein. Wie lange haben wir noch? Oh, wir haben noch 15 Sekunden. Das wird niemals. Oh nein. Eins noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Rein da, komm schon. Ja, perfekt. So, und jetzt brauche ich noch einen Teller. Wo habe ich einen Teller? Wo habe ich einen Teller? Wo habe ich einen Teller? Ich brauche schnell einen Teller. Oh nein, oh nein. Äh, hier bekommst du eine Schüssel. Und das ist dann auch noch darin da. So, warte kurz. Haben wir gleich. Äh, warte, andere Seite. Muss ich kurz ein bisschen drehen. Ja. So. Das sieht doch super aus, okay? Weg mit dir. Und jetzt bekommst du deine tolle Summe. Ah, lol, ups. Deine tolle Tomatensuppe? Ja, ja, einmal servieren Tomatensuppe. Da, bitteschön. Oh, perfekt. Hey, ich war doch super. Der hat schon wieder nichts bezahlt. Das ist doch voll. Aber ich hab mir doch extra Mühe gegeben. Sobald du fertig bist, fließen wir heute Abend. Okay. Ich hab doch... Ich hab doch nur ein bisschen geklickert. Na und? Das fällt doch gar nicht auf, oder? Das sieht doch super aus. Hier ist absolut nichts zerbrochen. Ich weiß auch nicht, warum da so ein Eimer kaputt steht, aber... Warte, ich mach das kurz weg, okay? Ich putz ein bisschen. So, wisch, wisch. So. Nix passiert. Nix passiert. So. Kann ich hier noch ein bisschen? So, wischi, wischi, wisch. So, nix passiert. Na und hier drüben. Höh. Ah. Wischi, wischi, wisch. Wuh, 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 wuh. Nix passiert. Und nochmal. Wischi, wischi, wisch. Lala. So. Siehste, fällt doch gar nicht mehr auf. Und hier auch nochmal. Stimmt, da hab ich fast vergessen. Oh, das hab ich sogar wirklich wegbekommen. Aber das hier nicht. Oh, doch, jetzt. So, hier auch nochmal. Siehste, nix passiert. Das ist eine vollkommen saubere Küche. Kann ich hier auch nochmal auf den Tisch drauf? Ne, kann ich nicht. So, okay. Weg mit. Hat perfekt geklappt. Von den ganzen Tomaten hab ich vielleicht fünf Stück ein bisschen daneben geschmissen. Aber na ja. Konnte ich ja auch nicht wissen, dass das Spiel so schwer ist. Ich hab die Messer gar nicht benutzt und ja, hat doch trotzdem super geklappt. Ich hab nichts verdient, aber ich hab auch nichts verloren. Doch, ich hab richtig viel verloren. Naja. Es ist schon so spät. Oh nein. Okay Leute, dann müssen wir jetzt alle ins Bett. Ich hoffe, euch hat das alles ein bisschen gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das war jetzt aber mal ein komplett anderes Spiel. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es doch sehr viel Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen sehr chaotisch war. Aber na ja, was möchte man von mir erwarten, ne? Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann von mir. Adios. Amigos. Tschüssi. Oh nein, ich hätte es noch... Oh nein, ups. Ups.